Das Schweder Klinikum investiert in die medizinisch-technische Ausstattung. Der neue Herzmagnet-Resonanz-Tomograf, kurz MRT, wird angeliefert. Immerhin vier Tonnen hochmoderne Technik müssen bewegt werden. Dafür kommt ein Kran zum Einsatz und wuchtet das Gerät an seinen Bestimmungsort. Das Investitionsvolumen ist gewaltig, stolze 1,4 Millionen Euro hängen am Haken. Wir sehen als Klinikum dringend als notwendig an, dass wir im Bereich der Hardware, im Bereich der technischen Ausstattung Marktführer sind. Nur dadurch wird es uns möglich sein, neben einem hervorragenden ärztlichen, pflegerischen Team, auch die Mediziner aus dem Umfeld für uns zu gewinnen, weil eben neueste Technik für die Diagnostik und für Therapie zur Verfügung steht. Für die Mediziner eine gute Basis, für die Patienten ein Segen. Die Anschaffung eines zweiten Tomografen wird die hohen Wartezeiten für MRT-Untersuchungen in Zukunft deutlich verkürzen. Zudem sind nun auch ganz neue Anwendungen auf Hightech-Niveau möglich. Die Magnet-Resonanz-Tomografie ist eine bildgebende Methode, wo man ohne Röntgenstrahlen Schnittbilder vom menschlichen Körper machen kann, insbesondere Gehirn, Wirbelsäule, Gelenke, aber mit dem neuen Gerät insbesondere auch Darstellungen im Bereich der Bauchorgane, Leberuntersuchungen, auch Lungenuntersuchungen sind im gewissen Sinne jetzt möglich, weil das Gerät schneller Aufnahmen machen kann und selbstverständlich auch Herzuntersuchungen sind mit dem neuen Gerät besser möglich als mit dem alten. Die ersten Meter geht es noch per Kran, dann ist Muskelkraft gefragt. Auf Rollen- und Metallschienen wird der Riesenmagnet aus dem Frachtcontainer direkt in den Untersuchungsraum gezogen. Die Abteilung für bildgebende Diagnostik ist hautnah dabei. Die Kollegen freuen sich über die lang ersehnte neue Technik. Wir arbeiten wirklich täglich von morgens um sieben bis abends nach 18 Uhr im 20-Minuten-Takt. Wir brauchen dringend die Kapazitätserweiterung hier für die Uckermark und auch für das Klinikum. Mit dem neuen MRT sind weitere Anwendungen in Punkto-Gefäßdarstellungen möglich, das mit dem alten Gerät ein bisschen schwierig ist, sehr aufwendig, sodass wir dringend diese Kapazitätserweiterung brauchen. Langfristig darauf vorbereitet haben die Neuanschaffung und wie man sieht auch einen Neubau beziehungsweise einen Anbau an die Klinik machen müssen, dass wir hier in der Abteilung das Gerät aufstellen können. Über Jahre hinweg liegt das Klinikum einer Baustelle. Immer wieder mussten Abteilungen umziehen. An allen Ecken und Enden wurde gewerkelt. Auch für 2017 sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Wir werden in diesem Jahr die Endoskopie noch fertigstellen, den MRT in den nächsten Wochen. Dann bauen wir noch die Apotheke um. Die ist noch im alten DDR-Gebäude von 1974, verdient schnell eine Lösung. Diese Lösung wird hier im Haus im Bereich der alten Küche passieren. Die Planungen laufen derzeit, sodass wir denken, Ende nächsten Jahres haben wir es geschafft. Ansonsten noch kleinere Sanierungsmaßnahmen, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, guter Dinge, dass wir in 2019 mit den großen Baumaßnahmen zu Ende sind. Schritt für Schritt nimmt die Umgestaltung des Klinikums Form an. Die Experten rechnen damit, dass das neue MRT bereits in der kommenden Woche fertig installiert und angeschlossen ist. Am 21. August werden die Mitarbeiter abschließend geschult. Anfang September kann es dann losgehen.